Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Daily Shop Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video So, und heute im neuen Shop haben wir Die Panda-Beauftragte wieder, den Federverteidiger und da unten eine neue Picke Aber wir fangen erst mal auf die linke Seite an Oh, schon wieder diese Bärchen Ich sag nur, wer sitzt da über mir? Oh, diese Bärchen Erstmal vielen, 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 vielen Dank an euch alle Für die vielen Aufrufe, die wir auf dem letzten Video hatten Mega geil Über 1000 inzwischen Hat uns riesig gefreut, das ist absolut cool Und ja, freuen wir uns jedes Mal, wenn wir dann solche Zahlen sehen Und wenn es langsam bergauf geht Mega geil, danke euch allen Und, warte mal, hast du gerade ein bisschen gesagt vom Bärchen? Was sitzt da über mir? Alter Ihr habt doch Ähnlichkeit vom Fell Alter, ich bin irgendwie scheinbar nicht in der Kamera drin Aber, äh, ich glaube, ich war so Doch, bist du So, also, sorry, aber, äh, das Vieh Ihr habt sogar Ähnlichkeit vom Fell her Das Vieh macht mich überhaupt nicht an, muss ich echt sagen Ja, ihr seid gleich Ey, wenn so, also ehrlich, da würde ich davonlaufen Wenn die, wenn die auf mich stehen würde, würde ich davonlaufen Ohne Witz Ey, guck mal, die sieht aber gleich aus Guck doch mal, die schielt auch Ja, aber die sieht gleich aus Nein, die sieht überhaupt nicht, nein Die habt das gleiche Fell Nein, ich bin cool und die ist scheiße Nein Nein So Okay Bin ich ja einer Für 2000 V-Bucks die Panda-Beauftragte So, dann haben wir den Federverteidiger Hast du überhaupt die, achso, hast du ja gezeigt So, Federverteidiger Finde ich mega witzig Irgendwie sieht aber auch scheiße aus Ja Zoom mal an den da ran Der ist irgendwie, alter, guck mal, der schielt Der guckt nach unten und nach oben Eieieieieieieieieieieieieie Hat auch, wenn ihr die zwei unter留mungen habt Boah Kollege, aufpassen Guck mal, er hat sogar ein Sixpack Ja Stimmt, er hat tatsächlich einen Sixpack Ja, Federverteidiger finde ich trotzdem irgendwie total scheiße Und trotzdem irgendwie total cool Deswegen kriegt er von mir sieben vor zehn Sieben vor zehn? Ja von mir kriegt er 6 von 10, damit haben wir eine Bewerbung von 6,5 von 10 von den beiden, ne? Ja, was sind die Noten? Ach, stimmt ja. Herr sofort, sie sind wieder nicht bei der Sache. 3,21 von 5 bei 28. So, den Schneebesen, sorry, aber das Ding finde ich total bescheuert irgendwie. Und trotzdem auch wieder ein Stück weit faszinierend, aber 5 von 10, mehr kann ich nicht geben. 3 von 10, damit haben wir eine Bewertung zusammen. Hau mal da drauf da. 4 von 10. Hau mal da drauf. Eieiei. Und 4 von 10. Okay. Na ja. Und dann hauen wir hoch. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, das Flattervieh, das finde ich mega geil. Aber pass auf, pass auf. Neben mir ist mal einer geflogen mit diesem Flattervieh und der hat ständig den Gleiter auf und zu gemacht. Mach mal auf und zu. Weißt du, wie nervig das ist, wenn dieses Geräusch die ganze Zeit... Alter, ich habe gedacht, ich drehe am Rad. Tja, der Typ, der hat mich total aggro gemacht. Den hätte ich am liebsten gleich getötet, ja. Trotzdem finde ich das Ding mega geil und kriegt von mir 9 von 10. Flattervieh. 8 von 10, damit haben wir eine Bewertung von 8,5 von 10. Ich finde das mega cool. Bei 9 von 10. Bei 9 von 10. Mega cooler Teil. Dann sind wir bei Elektroshuffle. Kult. Ja, Kult. 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 Absoluter Kult. Diese Emotes. Absoluter Kult. Schon seit Season 1. Als ich angefangen habe, das Ding zu spielen, da haben deine Kumpels das Ding auch drin gehabt. Jeder hat es drin. So Elektroshuffle. Jeder hat Elektroshuffle außergleich. Ehrlich, meinst du ja? Ja, ihr seid unfassbar vieler am Elektroshuffle. Ja, also ich finde das Ding auch mega cool. Das geht zumindest von mir 9 von 10. 10 von 10. Das ist, äh, 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 ja. Dezember, am 14. Dezember 2017 ist das mal drin, 4,29 von 5,5 bei 38 Kult. Ja, dann haben wir die Volleymeisterin. Zoom mal an die Randa. Oh, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, da die Volleymeisterin. Oh, jetzt hat das weggemacht. Nee. Nein, da ist es noch. Da ist es noch, da ist es noch, da ist es noch. Da ist es noch, da ist es noch, guck doch mal, da, 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 da ist es, da, guck mal, da. Ist ja gut, ich nehme mir vielleicht was anderes, das hier. Äh, da ist die Volleymeisterin. Ich finde, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Guck mal, den Herz, Herzchen-Anhänger da. Und, äh, Volleymeisterin kriegt von mir 6 von 10. Von mir 5 von 10. 3,8 aus 5,5 bei 34 Kult. Mhm. Dann kommen wir zum, äh, love it up. Und dazu haben wir eine Story zu erzählen. Und zwar als erste Mal, als er gleich den Emote gehört hat, in-game, in der Lobby, hat er gesagt, äh, bei mir ist ein Esel. Bei mir ist ein Esel. Und ich sag, das ist ein neuer Emote. Und er sagt, nein, guck mal, bei mir ist ein Esel. Ja, das ist der Emote. Nein, der ist ein Esel. Ja, ich hab das nicht gecheckt, dass das von dem Emote kommt, ja. So, auf jeden Fall, mega cool, love it up, haben wir auch schon öfters mal drin gehabt. Du hast ihn gar nicht? Nein. Ich bin grad auf. Findest du ihn nicht gut? Ich kann ihn mir nicht leisten. 4 oder 5 Spiegelachs, okay. Ja, jetzt hab ich dir erst den Magma-Ding da. Ja, aber ich hätt ihn auch lieber als den. Magma all the time. Okay. Naja, ähm, wie viel gibt's denn? Was du jetzt lieber das Vollablachen als Magma? Nein, andersrum. Andersrum, ne? Vollablachen finde ich trotzdem cool, kriegst du mir 8 von 10. Viel geiler. Von mir kriegst du 10 von 10. 3,7, 955 bei 29. Dann kommen wir zum Marino. Marino. Ist der neu? Äh, nein, der ist nicht neu. Der Marino ist nicht neu. Nein, der ist nicht neu. Nein, 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 Marino ist nicht neu. Ich finde den relativ cool, muss ich sagen. Und der Marino kriegt von mir 7 von 10. Von mir 6 von 10. Finde ihn gar nicht so schlecht. Kommen wir auf 3,255 bei 10 Votes. So, und dann gehen wir auf diesen Tropenschnitt. Und der ist, äh, ich finde ihn ganz okay. Ich gebe dem 8 von 10. Ah, what? Okay, klick mal da drauf. Was hat denn da für einen Effekt hier? Klick mal da drauf. Warte, warte, warte. Klick mal da drauf da. Warte, warte, warte. Klick, jetzt klick doch mal da. Warte, warte, warte. Klick doch mal, da hast du wahrscheinlich weggeklickt. Klick doch mal da drauf da. Da, da. So, und noch nicht. Ich gebe dem. Pff. Okay, 500 V-Bucks für den Tropenschnitt. Ich krieg von mir 5, 6 von 10. 6 von 10. Oh, was hat denn da für ein 3,33? Oh, okay. 6 Worts. Wenn das ist, was man dann noch nicht. Ah, wir sind doch gar nicht. Durch, was machst du denn? Da die Hacke der Entspannung kommt jetzt noch. I relax, ich habe keine Gewertung. Bewertung. Auch im Urlaub kann man sich Siege holen. Hau mal da drauf da. Oh, da fliegen ja die Blätter hier. Ich finde es ganz okay. Ich würde sagen, 7 von 10. 7 von 10. Ich, ja. Ja, ich denke, das könnte passen. 7 von 10. 800 V-Bucks für die neue Hacke der Entspannung. Auch im Urlaub kann man sich Siege holen. Jawohl, Leute. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schauen uns das nächste Mal dahin, wenn es wieder heißt. Fortnite. Mit dem Händen zuvor. Und mit mir, dem Händen gleich. Hat rein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.